Edward, was ist hier geschehen? Schreckliche Dinge. Sie sind zum Kämpfen bestimmt. Sie haben einen unbekannten Weg gefunden, um tote Kriege auferstehen zu lassen. Stärker und unzerstörbarer. Sie sind programmiert, um zu töten. Eine Reporterin soll die Wahrheit herausfinden. Warum interessieren Sie sich eigentlich für uns? Was wollen Sie hier? Zwei Cops kämpfen um ihr Leben. Ich möchte, dass Sie den besten und hartnäckigsten japanischen Polizisten auf dieser Seite des Pazifiks kennenlernst. Beseitigt Sie! Wenn Sie wieder kämpfen... Wie sollen wir Sie aufhalten, diese, was immer Sie sind? ...oder Sie fliehen. Meine Herren, wir geben Ihnen eine Chance. Wir lassen Sie frei und jagen Sie. Wenn wir Sie erwischen, verlieren Sie. Aber es gibt kein Entkommen. Sie können nicht etwas umbringen, was bereits tot ist. Roddy Piper, Sonny Chiba, Mac Foster und Tiny Lister. Resort to Kill. Will Louder Piper, Sonny Chiba, Jahrzehund. Roddy Piper, Sonny Chiba, Jahrzehund. Erinnütz Sie für den Dienstag, Jahrzehund.